So, liebe Freunde, wir sind in der Jetzt-Zeit angekommen. Wir sind auf dem Level heute mit meinem heutigen Video, wo sich ein großer Teil der Weltbevölkerung befindet, befindet zumindest der Westen, Europa, USA, Australien und so weiter und so fort. Alles das, was unsere westliche Wertewelt ausmacht, ist von Orange tief durchsprungen. Die wichtigsten Meme, die wichtigsten Level, die wir in Spiral Dynamics aktuell im Westen haben, sind eben noch blau und das gibt uns die ganze Struktur, das gibt uns Gesetze, Grenzen und so weiter und so fort. Orange als das Macherlevel, das Level, das uns unsere Wirtschaft und unseren Erfolg in der Welt sichert und bestimmt. Und grün, das pluralistische Meme, das im Prinzip unser Zusammenleben neu definiert in Sachen Gleichberechtigung, in Sachen Vielfalt und so weiter und so fort. Heute jedenfalls Orange. Orange ist, wie alle Meme, und ich habe es schon gesagt, auch immer von zwei Seiten zu betrachten. Ein guter Freund von mir hat heute gesagt, es ist im Prinzip, das ist das Feuer, das uns gleichzeitig wärmt und verbrennt. Und zur gleichen Zeit, wir hätten den Standard, den wir heute im Westen haben, nicht, wenn es das orange Meme nicht gäbe. Das orange Meme ist ein extrem individualistisches Meme, eine extrem individualistische Ausprägung. Es gibt die ganze Macht an den Einzelnen und so benimmt es sich auch. Es ist im Prinzip die Ausprägung des Egoismus, wie man ihn sich nur so vorstellen kann und hat all das geschaffen, weswegen wir uns jetzt hier so sehen. Ja, all das wäre ohne Orange nicht möglich. Durch alle Erfindungen der letzten 300 Jahre von Silizium-Chip über das Glasfaserkabel und so weiter und so fort. Nicht möglich ohne Orange. Aber wie immer, falls das für Dich hier das erste Video in meiner Spiral Dynamics Folge sein sollte, ein kurzer Überblick über Spiral Dynamics. Was ist es denn? Spiral Dynamics wurde in den 70er Jahren von Claire W. Graves entdeckt. Also er hat es im Prinzip aufgrund von ganz vielen Fragebögen und Befragungen in seinen Studenten und dann überall auf der Welt herausgefunden, dass wir uns als Menschheit und als Individuum durch verschiedene Ebenen, Werte-Ebenen hindurch bewegen. Und je nachdem, wie unsere Lebensbedingungen sind, in denen wir leben oder in denen wir aufgewachsen sind, so bilden sich unsere Werte. Und Don Beck und Christopher Cohen haben das Ganze dann noch weiterentwickelt. Aufgegriffen wurde es unter anderem auch von Ken Wilber, der daraus auch seine integrale Theorie abgeleitet hat oder beziehungsweise dieses System seine integrale Theorie stark ergänzt hat. Und ich hopse einfach mal schnell durch die Level. Wir fangen mit Beige an. Das ist ganz ursprünglich. Da geht es los. Das Leben mehr als Überleben ist da nicht. Schlafen, Essen, Fortpflanzung. Punkt. Aus. Mehr müssen wir gerade nicht darüber wissen. Das nächste ist das Purpur-Meme. Ganz fantastisch, animistisches Meme. Überall ist Leben drin. Wir haben im Prinzip, wir kommen übers Überleben raus als Menschheit. Wir leben in Tribes, in Clans und so weiter und so fort zusammen. Unser Leben ist im Prinzip darüber definiert, dass wir die Geister in allem besänftigen oder mildes Stimmen durch Rituale und so weiter und so fort. Das nächste, nach Purpur, ist Rot. Das ist ein sehr kriegerisches oder sagen wir machtbewusstes Meme. Da geht es darum, dass das Individuum aus der Familie ausbricht und sich seinen Weg selbst bahnt. Das ist auch relativ rücksichtslos. Wir haben da zum Beispiel so Leute wie die Wikinger oder den Odysseus alle möglichen Helden sagen, die wir kennen. Das ist Rot. Menschen, die sich auf ihre eigenen Füße stellen und ausbrechen und die Welt für sich entdecken. Das führt dazu, dass die Menschen schwerlich miteinander zusammenleben können, weil Rot halt eben so expansiv, machtgierig und auch aggressiv ist. Deshalb hat es viel Unheil auch gebracht und es wurden immer mehr Menschen und deshalb konnte man auf diesen Planeten, auf diese Art nicht mehr zusammenleben. Deshalb hat sich in der Evolution blau gebildet. Blau ist ein eher rigides System, ein rigides Wertekluster. Es holt das Individuum zurück ins Kollektiv und sagt, hey, bleib mal schön hier. Wir sind alle, wir sind wir, wir sind eins. Und hat im Prinzip einen strafenden Gott, eine Hölle und einen Himmel und in allen möglichen Religionen ähnliche Entsprechungen installiert, die das Individuum schön in der Herde halten sollen. Und damit dort im Prinzip hohe Frieden regeln und ein geregelter Ablauf des Lebens stattfinden kann. Das gefällt über eine lange Zeit oder über längere Dauer nicht jedem und deshalb hat sich Stück für Stück auch dann Orange gebildet. Orange hat gesagt, nee, ich lasse mir doch nicht alles von dir vorschreiben. Papa, Vater, Gott, was auch immer, System, ich will mein eigenes Ding machen. Und es hat sich Orange gebildet und hat gefragt, wer bin ich eigentlich, was kann ich in der Welt erreichen? Orange, es geht um Erfolg, es geht um alles und zwar jetzt und hier. Auch das wiederum immer wieder diese Ausprägungen des Ichs sorgen dafür, dass sich wieder Leute bilden oder Ideen bilden oder Cluster bilden, die sagen so, na, das ist nicht so geil, weil irgendwie können wir ja so nicht gut zusammenleben. Der eine hat mehr, der andere weniger und so weiter und so fort. Daraus hat sich das grüne Meme gebildet, das gesagt hat, alle Menschen sind gleich, alle Menschen müssen gleich behandelt werden, alle brauchen die gleichen Chancen. Daraus hat sich ein Pluralismus entwickelt und das ist das, was wir heute zum Beispiel eben auch in unserer Politik bereits haben. Alle Meme, die ich jetzt aufgezählt habe, gehören im Prinzip zum First Tier, zum ersten Rang. Das ist im Prinzip, wenn wir uns Spiral Dynamics zum Beispiel aus dem Haus betrachten, haben wir da sechs Etagen, die aber auf jeder Etage von sich selber glauben, sie wohnen in dem Haus ganz alleine und ihr Wertesystem, ihre Sicht auf die Welt ist die einzige, die es gibt, weswegen es halt auch zwischen den ganzen Etagen dann gerangelt gibt, weil die einen nicht verstehen, warum die anderen so reagieren, weil man ja auf blau zum Beispiel eben sich an die Regeln hält und rot denkt, nee, wir machen laut Party. Ja, so, also wir haben im Prinzip diese sechs Etagen und die wissen nichts voneinander, zumindest wissen die nicht, dass die unterschiedlich ticken und die drängen alle Stück für Stück in der Spirale hoch und das ist das, was wir jetzt gerade an dieser verrückten Welt, wie wir sie da draußen erleben, sehen können. Wir befinden uns im Prinzip in der Zeit kurz vor einem Sprung und das ist der Sprung ins Second Tier, in den zweiten Rang, wo wir eine integrale, eine ganzheitlichere Sicht einnehmen können und da geht es los bei Gelb. Gelb fängt an, eben die ganze Welt integral zu betrachten. Was heißt das? Sie kann im Prinzip erkennen, dass die sechs Schubladen, die sechs Stockwerke, in denen wir vorher gelebt haben, alle parallel zueinander existieren und existieren können und kann dann im Prinzip in diese Schubladen reingehen, in diese Stockwerke reingehen, die Treppe benutzen und kann mit den ganzen unterschiedlichen Werte clustern, sprechen bzw. sie verstehen und wissen, was sie wollen und kann eben die Achievements, die Werkzeuge aus diesen Ebenen benutzen und daraus im Prinzip eine neue Welt gestalten. Das ist die Idee. Da befinden wir uns gerade hin zum Sprung. ist so, dass die Bewegung in Gelb halt im Prinzip keine Wir-Bewegung ist, sondern dass da wieder lauter Einzelindividuen hingehen. Deshalb haben wir da nicht so einen Rutsch wie zum Beispiel in Grün rein, dass man auf einmal merkt, da sind ganz viele, mit denen man über dieses Thema sprechen kann. Wenn Grün, nee, wenn Gelb dann mal fertig ist mit seinem Bootcamp, das Bootcamp bezeichne ich jetzt mal so, das bedeutet, ich erkenne, ah, es gibt noch sechs andere Schubladen, noch sechs andere Stockwerke, noch sechs andere Level, die ich benutzen kann und ich habe auf einigen meine Hausaufgaben noch nicht gemacht, in diesem Leben auf Planet Erde. Und wenn ich dann Stück für Stück mal hoch und runter gereist bin und geguckt habe, was fehlt mir denn noch, was brauche ich denn noch, wo will ich denn noch hin, was muss denn hier und da noch passieren, was habe ich denn noch nicht gelernt und dieses Bootcamp irgendwann vervollständigt habe und meine Strichliste gemacht habe und gesagt habe, alles klar, jetzt habe ich alles in meinem Rucksack, jetzt habe ich jedes Werkzeug verstanden, ich kann mit allem sprechen, ich kann mit allem umgehen, dann drehe ich mich um und gucke und sage, ah, jetzt kommt ein nächstes Level, das ist Türkis, wir kommen dann im Prinzip in eine Weltsicht und wieder in ein neues Wir und sagen, wie wollen wir denn jetzt diese Welt gemeinsam gestalten? Stichwort ist zum Beispiel Co-Creation, also wir fangen an, die Welt gemeinsam neu zu gestalten, auf Basis der ersten sechs Stockwerke, die wir haben und des Bewusstseins, des integralen Bewusstseins aus Gelb. Und wenn wir dort mal der Weise zu Hause gewesen sind, gibt es ganz in der Ferne als ganz sanfter Schleier, gibt es noch ein Level, das ist Koralle. Wir wachsen dann im Prinzip an der Stelle auch mehr in ein höheres geistiges Bewusstsein rein. Und Koralle, um es mal ganz platt auszudrücken, kommt uns Gott dann einfach ein Stück weit entgegen, wir verschmelzen mit dem evolutionären Impuls, der uns bis jetzt die ersten sechs, sieben, acht Stockwerke irgendwie so durchgeschüttelt hat, kommen wir dann irgendwann, kommt uns Gott ein Stück entgegen, wir verschmelzen mit dem evolutionären Impuls und fragen uns an dieser Stelle als göttliches Bewusstsein, okay, und was wollen wir denn jetzt mit unserem Dasein machen? So, das war der kurze Abgriss von Spiral Dynamics und jetzt möchte ich mal einsteigen in Orange. Orange hat sich schon lange angebahnt und das finde ich so spannend, weil das gilt es auch zu verstehen in Spiral Dynamics. Wir gucken immer so auf der Zeitlinie entlang, wann was aufgetaucht ist. Dann kann man zum Beispiel sagen, dass es seit 60.000 Jahren zum Beispiel Purpur schon gibt und wir können sagen, so alles klar, mit der Dampfmaschine ist dann irgendwann Orange entstanden, weil dann die Arbeit so viel leichter ist. Und dennoch ist es so, dass wir überall auf der Welt auch schon Hochkulturen hatten, die sich in ihrer Zeit und in ihrer Entwicklung auf der Spirale entwickelt haben und dann wieder kollabiert sind. Und so gab es zum Beispiel die ersten Anzeichen von Orange schon in Griechenland, ungefähr 500 vor Christus. Und das äußert sich dort in den Philosophen, also dass im Prinzip dieses Meme schon angedockt ist, dass das schon entstanden ist, aufgrund dessen, dass es bei den alten Griechen schon die Möglichkeit gab, für philosophische Schulen, dass es reiche Menschen gab, die das interessant fanden, dass es Menschen gab, die über das Sein nachgedacht haben und diese philosophischen Schulen gesponsert haben. Das sind zum Beispiel Sokrates, Platon oder Aristoteles gewesen, die mit ihren Schülern schon drüber nachgedacht haben, was ist das Ding hier eigentlich? Wie kommen wir überhaupt hierher? Und wissen wir, was das ist? Und sie versucht haben, mit dem Denken, mit Vernunft, das Sein zu ergründen. Und wir sehen das aber nicht nur dort in der Philosophie, wir sehen das zum Beispiel auch in der Architektur, in den Bauwerken. Es gab schon Diadukte, die riesige Täler überspannt haben, also große Ingenieurskunst. Wir kennen das Kolosseum in Rom, der erste Betonbauwerk, das eindeutig auf Oranges Denken abzielt, beziehungsweise von Orangendenken zeugt. Und jetzt ist aber das große griechische Reich oder die alten Griechen, das ist dann irgendwann wieder kollabiert. Das Reich hat an Bedeutung verloren und ist zerfallen. Und am Ende ist von den Griechen im Prinzip das Land Griechenland übrig geblieben und alles das, was der große Geist zurückgelassen hat, ist erstmal ein Zurückfallen von Orangengeist auf Blau und dann auf Rot und ein kompletter Rückfall. Also das heißt, Orange hat sich dann wieder unter die Grasnahme zurückgezogen und ward erstmal lange Zeit nicht mehr gesehen und kam dann ungefähr vor 500 Jahren mit Martin Luther und der Aufklärung und dem Buchdruck wieder aus der Versenkung. Martin Luther hatte damals die Bibel übersetzt. Seine Idee war, und das ist eine orange Idee, warum sollen denn nur die Pfaffen wissen, was in der Bibel steht? Wir können doch viel besser Gottes Wort vernehmen und hören, was er uns zu sagen hat, wenn wir diese Bibel selber lesen können. Und er hat sie dann übersetzen lassen, hat 500 Thesen an die Kirche zu Wittenberg geschlagen und hat gesagt, was er an der Kirche Kacke findet. Unter anderem den Ablasshandel finden wir zum Beispiel heute wieder beim Kohlendioxid. Wurde gestern zum Beispiel von der Frau Merkel vorgeschlagen, dass in Zukunft wir das mit dem Kohlendioxid über Geld regeln können. Ist im Prinzip eine alte Geschichte. Damals hat der Luther das schon angeprangert und es gibt so einen Spruch, der heißt, der Heller im Klingelbeutel klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und das war eine Sache, die hat den Luther sehr stark gestört. Er ist dann auch verfolgt worden, für ihn ist alles gut ausgegangen, hat dann lange im Exil gelebt, in Eisenach, wurde vom Teufel verführt und hat dann sein Tintenfass nach dem Teufel geworfen. Kann man sich den Eisernach angucken. Anyway, die Aufklärung, die ging damals los. Der Buchdruck, die Lutherbibel, das erste Buch fürs Volk. So hat im Prinzip Orange bei uns hier in Mitteleuropa seinen Lauf genommen. Dann kamen im Prinzip solche Sachen wie vor 300 Jahren die Dampfmaschine und die ganze Renaissance rollte dann über Europa und auch die Industrialisierung ging nach Amerika und so weiter und so fort. Und so hat Orange seinen Lauf genommen. Die Wissenschaft ist eine typisch orange Erfindung. Erfindung kann man nicht sagen, weil es ging halt einfach mit der Aufklärung los, dass Menschen gesagt haben, was ist das Ding? Was ist in den Dingen? Und es gibt so einen ganz spannenden Roman, der heißt Der Medikus ist auch ganz entzückend verfilmt worden, in dem im Mittelalter ein Bader, das waren die Leute, die früher Frisur und Zähne ziehen, gleichzeitig gemacht haben, ekelhafte Tinkturen und so weiter angerührt und damals gab es im Prinzip das Tabu von der Kirche, weil alles, was war, war von Gott gegeben und von Gott gemacht und wenn halt jemand sterben sollte, dann war das, weil das Gott so wollte und dieser Bader im Mittelalter, der hat jedenfalls gesagt, dessen Mutter ist an der Seitenkrankheit gestorben, das was wir heute Blinddarmentzündung nennen würden und ist über die Welt gereist und hat und hat dann angefangen bei einem Chirurgen irgendwo in der Wüste zu lernen, wie, dass man im Prinzip Augen reparieren kann, aber das Auge ist ein äußerliches Organ und er hat aber gesagt, wir müssen doch auch rein können und das ist ein Tabu, das kann man nicht machen und er hat es dann irgendwann doch gemacht und hat herausgefunden, wie man den Blinddarm heilen kann, wie man den Blinddarm im Prinzip finden und rausschneiden und dann Menschen wieder zunehmen kann, also es gibt ein Inneres im Menschen und es ist nicht nur Gott überlassen und diese Suche danach rauszufinden, wie die Dinge funktionieren, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, das ist typisch orange und das gibt es einfach in orange in ganz, ganz vielen Ebenen, ja, Marie Curie ist so ein Beispiel, die wissen wollte, wie kann man denn in den Menschen reingucken, die mit der Röntgenstrahlung angefangen hat zu arbeiten, Daimler, der angefangen hat, den Verbrennungsmotor zu entwickeln und den dann auf eine alte Kutsche draufgeschraubt hat und dann mit einem Riemenantrieb mit diesem Ding durch das damalige Baden-Württemberg gefahren ist, alles Pioniere, die auch teilweise unter Lebensgefahr diese Dinge herausgefunden haben, also erstens weiß man ja nie, was ich hier erfinde, fliegt mir das um die Ohren und das andere ist, dass man immer wieder des Ketzertums angeschuldigt werden konnte, was immer du erfunden hast, es gab immer irgendwelche Leute, die haben geschrien und haben gesagt, so haha, das gibt es jetzt ja nie und das ist ja das Lustige an der Wissenschaft und das muss man auch mit dem heutigen Blick auf die Wissenschaft sehen, also die Wissenschaft und das orange Meme an sich glaubt immer, wenn es eine bestimmte Stelle, eine bestimmte Sache herausgefunden hat, wenn es einen bestimmten Blick eingenommen hat, mit dem es sehen kann, was auf einer bestimmten Ebene passiert, glaubt es, dass es damit in den Steinen der Weisen gefunden hat und im Besitz von aller Weisheit ist und wenn wir uns aber im Prinzip die Wissenschaft angucken, wie sie vor 200 Jahren war, dann haben die Menschen noch ganz andere Dinge geglaubt oder konnten noch ganz andere Dinge lösen und bestimmte Dinge nicht lösen und deshalb ist es heute so witzig, wenn wir sagen, die Wissenschaft kann das lösen oder Vertrauer der Wissenschaft aus der heutigen Perspektive kann im Prinzip noch nicht das, was sie vielleicht in 100 oder 200 Jahren kann und trotzdem glaubt sie immer diesen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, den es für sich erkoren hat, als die absolute Wahrheit zu haben. Das ist auch ganz typisch für Orange. Also Orange ist extrem strategisch und dringt in die Dinge ein und ist aber immer nur auf dem Weg darauf erpicht, das zu beweisen oder das rauszufinden, was es sich vorgenommen hat zu finden und dadurch entstehen im Prinzip einfach auch ganz, ganz enge Korridore in der Wirklichkeit und das bringt auch mit sich, dass Orange angefangen hat, die Welt zu entmystifizieren. Ich habe das schon gesagt in Purpur, dass einst die ganze Welt voller Zauber und Magie und aufgeladen war und Orange kommt jetzt und nimmt das alles weg und sagt nichts. Es besteht einfach alles nur aus Teilen und Atomen und Molekülen und Zellen und wir können es aufschneiden und wir können reingucken und wir haben überall schon reingeguckt und wir haben keinen Gott gefunden. Orange hat im Prinzip Freude daran, blau zu beweisen. Das ist diesen alten, einengenden Gott, der die Welt erschaffen hat und der als einziger bestimmen kann, was hier passiert, was gemacht werden darf oder was nicht, es ihn einfach nicht gibt. Orange ist extrem an persönlichem Erfolg interessiert und wir haben das nicht nur in der Wissenschaft, wo bei jeder Veröffentlichung drum gestritten wird, an welchem Platz der steht, der das Ding geschrieben hat oder dem das Institut gehört, an dem es geschrieben wurde oder die Doktoranden, die daran mitgewirkt haben. Es gibt überall auch wieder eine Hackordnung und jeder möchte überall dabei sein und in der Wirtschaft ist es meines Erachtens genauso krass. Orange liebt im Prinzip die Insignien des Erfolgs und das geht im Prinzip bei Autoros los, Rolex Uhren, Pool am Haus, großes Haus, Quadratmeter, toller Gemähter Garten, eigener Gärtner und so weiter und so fort. Männer und Frauen in Orange sind sich nicht in Liebe zugetan, sondern sie sind eher Trophäen, etwas, womit man sich gern zeigt. Äußerlichkeit ist extrem wichtig. Keiner liebt es, Golf zu spielen, aber alle spielen mit, genauso war es früher Tennis. Das sind im Prinzip ganz typische Insignien in Orange. Ich habe neulich eine lustige Geschichte gehört von einem Bekannten von mir, der einst sehr anerkannter Steuerprüfer war und mehrere Etagen in einer großen deutschen Stadt bewohnt hat mit seinem Büro und als einer der ersten in Deutschland den BMW 850i in den Anfang der 90er Jahre sich bestellt hat und mit diesem Auto rumfährt und auf einmal an der Ampel neben ihm das gleiche Fahrzeug steht, BMW 850i und er sitzt an diesem Auto und guckt darüber und guckt diesen Typen an und denkt, boah, der Typ hat es echt geschafft. Nicht realisierend, dass er selber an dem gleichen Punkt ist, an dem gleichen Punkt von Aggregationen von Materie und für ihn war das so einer der Wendepunkte, wo er gesagt hat, ich habe all diese äußerlichen Dinge erreicht und innerlich fühle ich überhaupt nicht dort angekommen zu sein, wo ich hin will. Die Verbindung von meinem Inneren zu diesem Sportwagen, der heiß begehrt, nur an wenige Menschen ausgeliefert wird, ist überhaupt nicht da. Was ist das überhaupt für ein Leben? Ist das überhaupt mein Leben? Und das ist das, was in Orange schnell passiert oder passieren kann, wo zum Beispiel solche Pulverchen wie Kokain auch super drüber hinweg helfen, dass Orange sehr viel im Äußeren unterwegs ist und es ihm sehr wichtig ist, seine Ziele zu erreichen und dass Orange immer von einem Ziel zum nächsten springt, weil es immer, wenn man was erreicht hat, in dieser Welt immer bemerkt, dass einen das nicht erfüllt, dass das eigentlich gar nicht das Ding ist, was man wollte, was man ist oder was es zu erreichen gab. Aber dadurch, dass Orange selbst dem Leben jeglichen Zauber entrissen hat, jegliche Bedeutung außerhalb von dem selbst aufgestellten Erfolg entrissen hat, gibt es gibt es im Prinzip nichts anderes als die Ziele, die man sich gesteckt hat und das Erreichen von Zielen. Also wenn die Fusion zwischen zwei Unternehmen stattgefunden hat, dann muss das Ganze, was weiß ich, zu einer Aktien gesellschaft werden oder es muss noch mit anderen Unternehmen fusionieren oder es muss eine neue Zielgruppe erschlossen werden oder es müssen neue Produkte auf den Markt gebracht werden. Aber Orange hastet von Ziel zu Ziel und die Ziele müssen immer größer werden, weil es sonst keine Herausforderung mehr ist, weil Orange liebt Competition, liebt im Prinzip den Wettbewerb und nur im Wettbewerb kann sich Orange spüren und Orange ist im Prinzip asozial im Sinne von alle Menschen, die auf einer anderen Stufe stehen als Orange und am Wegesrand liegen bleiben, hat Orange einfach nur das Gefühl, okay, die haben sich einfach nicht genug angestrengt, die wollten nicht mitkommen oder die waren zu faul, weil auch ich habe mich ja von unten hochgearbeitet und das kann ja jeder und das ist zum Beispiel auch die Grundlage des American Dream, jeder kann es schaffen, just do it und dabei ist sich aber auch einfach nur jeder selbst der Nächste und Orange hat überhaupt keine Möglichkeiten wirklich Beziehungen einzugehen, zumindest in der Hochphase von Orange sie werden im Prinzip Menschen genauso wie Werkzeuge benutzt, weil Emotionen und echte Bindungen eigentlich nur davon abhalten mein Ziel zu erreichen, das heißt es gibt Buddies auf einem bestimmten Lebensweg zu einer bestimmten Zeit gibt es Buddies mit denen wird eine Form von Nähe zelebriert aber wenn die nicht mehr gebraucht werden oder wenn die für ein bestimmtes Ziel nicht mehr geeignet sind dann kann Orange die auch einfach loslassen einfach fallen lassen und alleine seinen Weg gehen also Orange und Individuen in Orange gehen ihren Weg alleine und auch wenn irgendwann die Krise von Orange aufkommt und Orange ganz langsam in Grün reinwächst und merkt okay es bedarf wohl anderer Menschen so finden im Prinzip die Annäherungen noch ganz zart statt also Orange bewegt sich wenn es gereift ist und wenn es die ersten Krisen hat bewegt sich ganz ganz langsam auch in den grünen Bereich hinein und ist dann auch bindungsfähig spannend an dieser Stelle ist auch die ganze Self-Help Selbsthilfe Industrie Tony Robbins ist so ein Beispiel und auch ein Beispiel dafür Tony Robbins für die die ihn nicht kennen das ist so ein amerikanischer Selbsthilfe Trainer Guru nennt er sich selber nicht und der hat im Prinzip in den 90er Jahren Anfang der 90er Jahre ganz viele tolle Bücher auf Basis von NLP geschrieben NLP ist übrigens eine wahnsinnig orange Technik das Reframing des Daseins des Reframings deiner Auffassung von der Wirklichkeit das ist im Prinzip mega orange und Tony Robbins war einer der ersten der wirklich dicke Wälzer dazu geschrieben hat und wo es Stück für Stück darum geht für sich eine neue Wirklichkeit zu schaffen um im Außen das wiedergespiegelt zu liegen was man selber ist und ist aber auch über die 30 Jahre dahin gewachsen dass er Männer mit Menschen arbeitet auch ganz an die Glaubenssätze rangeht die einen keine Beziehungen haben kann also es ist Stück für Stück wächst orange wenn es lange genug in dieser reinen Selbstoptimierungs Welt unterwegs ist wächst es Stück für Stück auch in grün und fängt an dort auch die zurückgehaltenen Emotionen freizulegen und dort ein ganzes Stück immer menschlicher zu werden orange und seine Art zu leben hat uns natürlich auch das eingebrockt was wir im Prinzip auch als die Krise der westlichen Welt sehen können und auch unsere ökologische Krise weil orange beutet sich selber gnadenlos bis zum Umfallen aus es gibt in Japan ich kenne das japanische Wort jetzt leider nicht gibt es den Tod durch Arbeit also es gibt das habe ich sonst noch nirgends gehört aber in Japan in Tokio gibt es Menschen die fallen beim Arbeiten einfach um das ist der Tod durch Überarbeiten das ist dort ein ganz bekanntes Phänomen also orange lebt auch von der Selbstausbeutung es geht die ganze Zeit um Selbstoptimierung orange hat natürlich sich den Wecker gestellt hat den ganzen Tag durchgetaktet und lässt im Prinzip von diesen durchgetakteten auch nicht ab die Mutter dieses Takts oder der Vater dieses Takts ist blau im Prinzip dass ich Regeln befolgen muss und so weiter und so fort und orange hat es für sich noch so weit optimiert dass es sagt alles klar ich gebe mir ein Kommando und das Kommando muss ich selbst exakt befolgen und orange tendiert dann aber auch dazu sich so das Leben und den Tag so voller Kommandos zu machen dass es im Prinzip eigentlich nur noch im Stechsprit von einem Ziel von einem Mikroziel zum nächsten springt was irgendwann auch zur Erschöpfung führt und es spiegelt sich natürlich im Außen wieder wie orange mit sich selbst umgeht also wenn ich mich selber ausbeute beute ich auch andere aus und das ist im Prinzip das was orange geschaffen hat in der Welt die wir wahnsinnig schnell hochgezogen haben wir können uns das überall angucken von New York bis über Amazon Logistikzentren das heißt orange ist schon sehr lange unterwegs und wir sehen das überall dass es überhaupt keine Skrupel gibt die Welt im Prinzip komplett umzukrempeln und sie komplett an das Bild von das das orange von der Welt hat anzupassen und da ist natürlich ist Getreide das mittelgroße Körner hat ist natürlich nicht optimiert genug und so ist die Agrarindustrie das orange in der Agrarindustrie immer bemüht kurze Halme große Körner dichtere dichterer Stand des Getreides herzustellen und die Wurzeln werden immer kürzer der Boden wird immer harter er wird immer ausgelaugter aber da orange eben den vorhin schon beschriebenen nur diesen Ausschnitt hat sagt es ja ist doch kein Problem dann schütten wir Dünger drauf und wir schütten Fungizide und Pestizide drauf und wir schütten Glyphosat drauf und wenn der Boden dann ausgelaugt ist dann bauen wir halt nächstes Jahr was anderes darauf an und bereichern den Boden wiederum an also wir befinden uns halt in einem Daueroptimierungs Loop und so wie der Mensch in orange irgendwann ausbrennt brennt alles irgendwann aus und ich hatte es zum Anfang schon gesagt orange ist das Feuer an dem wir uns wärmen während es uns verbrennt und das ist das was halt irgendwann wirklich zu der Krise und zu dem Entstehen von Orange von Grün geführt hat die gesagt haben so okay so kann es irgendwie nicht weitergehen wir müssen das Ganze irgendwie wieder zusammenführen wodurch dann sowas wie die Partei die Grün entstanden ist oder ökologische Landwirtschaft oder Ideen wie Tiefenökologie bis hin zu Gardening Ideen im großen Stil dass wir im Prinzip orange die Erde an irgendeinem Punkt auch wieder entreisen können und müssen und es ist ja nicht so dass Orange das macht um um was kaputt zu machen also Orange hat ja weder eine Idee oder möchte weder sich kaputt machen noch die Erde kaputt machen sondern das Credo von Orange ist natürlich die Verbesserung der Lebensumstände des Menschen all die tapferen Forscher Wissenschaftler die vor Jahren aufgebrochen haben sind um Dinge rauszufinden deren Idee war ja zum Beispiel Krankheiten zu vermeiden die Idee war nicht auf Arbeit laufen zu müssen die Idee war die Menschen satt zu kriegen viel Brot breites Gesundheitsangebot Transportmittel für alle und so weiter und so fort also Orange war immer bemüht den Menschen in diesem System ein gutes süßes Leben angeteilen zu lassen und was ist aber erwartet von den Menschen in dem System dass sich jeder genauso reinhängt und jeder darf sich genauso reinhängen und jeder darf sein Stück vom Kuchen haben und Orange ist auch der Meinung dass das immer so weitergehen kann Grün sagt ewiges Wachstum ist eine Illusion aber Orange sagt nee ewiges Wachstum ist möglich wir müssen nur die Dinge erfinden die es möglich machen dass ewiges Wachstum möglich ist also Orange geht in seiner Hochphase nie aus diesem aus diesem Modus raus sondern wenn diese eine Erde nicht reicht dann müssen wir uns halt zusammensetzen und müssen eine neue Erde erfinden wir müssen im Prinzip Dinge erfinden mit denen wir das Baguette wenn wir abends nach Hause kommen das kommt nicht aus einer Mikrowelle raus sondern das kommt aus irgendeinem Generator der uns aus dem Atom aus der Luft oder aus dem Stück Waste eine neue Pizza macht vielleicht brauchen wir gar keine Felder mehr wenn wir nur 30 Jahre lang weiter kräftig forschen daran dann kommen meine Schuhe einfach aus der Mikrowelle raus und dann können wir die Erde auch wieder in Ruhe lassen und dann können die Regenwälder auch wieder nachwachsen und dann brauchen wir auch kein Getreide mehr und das spielt überhaupt keine Rolle dass wir jetzt das Erdöl verbrennen und dass wir die Kohle verbrennen und dass wir die Regenwälder abholzen gerade jetzt brauchen wir die Kohle jetzt brauchen wir die Kohle jetzt brauchen die Metalle wir brauchen das alles um an einen Punkt zu kommen wo wir das alles nicht mehr brauchen weil wir was erfunden haben mit dem wir es ersetzen können und das ist Orange Orange an sich würde nie aus dem Modus rauskommen und zum Glück gibt es an der Stelle diese evolutionäre Entwicklung dass aufgrund dieses Wahnsinns für den Orange auch verantwortlich ist eben die nächsten Level entstehen die das Ganze wieder entschärfen wo wir sagen können wir können die Strategiefähigkeit und die Effizienz aus Orange nehmen und können sie aber auf einer höheren Ebene zum Wohle von allem verwenden ohne dass wir erstmal alles platt leer und kaputt machen müssen werden auf einer Entschluss ist das das